Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Erstes Saisontor für Jonas Meffert, zweites überhaupt in seinem 75. Zweitligaspiel für den HSV Per Kopf und das war eine schön ausgeführte Ecke, Lars Kurioses Tor, jetzt auf der anderen Seite aufpassen, Möglichkeit für Fürth aber, Julian Green Raus auf Ferrai, der hat den Kopf hoch, alles frei auf der linken Seite, fiel den Ball darüber Nein, Aster ist da, zweiter Ball bei Benic, immer noch der HSV, zieh doch ab, Junge, Benic, vorbei Auf den ersten Pfosten und gerade noch vorbeigeköpft von Ramosch war es, Ramosch Fürth ist unsicher, rutscht da auch hin und her, nochmal der HSV, Schieß, Fürth hier schon, wieder in die Mitte gespielt Geht ganz im Tor, 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 Robert Kletzel Auf Vorlage von Ferrai und Fürth hat ein bisschen drum gebettelt Und der HSV sagt dann, okay, wenn ihr so artig bettelt, dann bitteschön Dietz ist nicht mehr dabei Und jetzt die Möglichkeit für Backer, am langen Pfosten Köpfte vorbei Futter Ball raus auf Jatter, der hat mal Platz Nein, lauft weiter Backer, spielt den Ball in die Mitte zu Benic, zieh doch drauf Nein, Jatter hat das leere Tor fast vor sich, will dann nochmal abspielen auf Dompeh Sein Gegenspieler musste vom Platz und ohne ihn gewann Das Kleble hat mit 5 zu 0, mit ihm, steht es vielleicht 3 zu 0, Dompeh ist durch Schießt den Ball am leeren Tor vorbei Die Möglichkeit Itter und dann fällt er und es gibt Elfmeter Elfmeter, Ramosch gegen Srebreni, gerade eingewechselt, du hast es gesagt Kassiert, Rekota Daniel Heuer-Fernandes hält den Ball Rekota Visiert das Linke, untere Eck an und da ist Daniel Heuer-Fernandes Klatscht noch vorher in die Hände Schlägt ihn dann raus Verrei, direkt Passspiel auf Jatter, der auf Benic und der auf Glatzel Glatzel jetzt gegen Obich, 1 gegen 1 Da kommt noch einer und Glatzel macht es ganz cool Und schiebt ihn rein, aber abseits Abseits, vorher schon Die vorne blieb lange unten von Marco Achmüller Sie ließen diese Szene erst laufen Glatzel bedient aber Benic auf der zentralen Position Spielt nochmal raus, rechts auf Glatzel, der schießt und das Ding geht gegen Obichs Brust Gewonnen und zu Null gespielt, was sind deine Gedanken zum Spiel? Ja in erster Linie denke ich an Indy und Ludo Weil ich im Kopf habe, dass sie sich, ich weiß jetzt nicht genau was sie haben Aber es sah bei beiden nicht gut aus Und deshalb natürlich freuen wir uns mega und sind stolz mit unseren Fans zusammen hier gewonnen zu haben Aber also ich habe jetzt Ludo eben gesehen, das sah jetzt nicht so geil aus Und es tut mir einfach nur leid und Indy habe ich noch gar nicht gesehen Das trübt ein bisschen die Freude Aber ich bin sehr sehr stolz auf unsere Mannschaft zu haben, super Spiel heute Was sind die Dinge, die wir heute gut gemacht haben, die den Sieg eingetütet haben? Ja erstmal hat Ferro super den Elber gehalten Dann haben wir aber, finde ich, generell auch gut verteidigt Bis auf die eine Szene, das war vielleicht nicht ganz so clever Aber man muss sagen, was Guy und Dennis vorher alles abgeräumt haben, war echt top Und geil, dass Ferro den Elber dann noch hell zu null gespielt, das freut mich sowieso am meisten Und ja, vielleicht hätten wir noch fünf bis sieben Tore mehr schießen können, wenn wir ein bisschen genauer gewesen wären Aber so ist das Ich glaube, dass wir sehr gut rausgespielt haben und viele Tormöglichkeiten kreiert haben Aber dann muss ich auch sagen, natürlich, dann muss es eigentlich auch noch mehr geben Und wir haben sehr gut verteidigt, dann gibt es ein, zwei Möglichkeiten, also ein, zwei Chancen, die wir nicht gut verteidigen Und dann sieht man, dass sie sofort gefährlich sind, aber ja, deswegen haben wir Ferro auch Das erste Mal ist, dass wir unser Goal in zero halten, also das ist sehr wichtig Es ist immer in unserer Meinung, wenn wir ein defensiver Spieler sind Wir wollen als Team das Goal in null halten, weil wir wissen, dass wir alle Chancen in jedem Spiel Und wir müssen nur einen scoren und wir haben die Verkäufe Also wir sind fokussiert auf dieser Aufgabe, um unser Goal in zero zu halten Und dann machen wir unseren Job in front, weil wir viel Qualität haben Und wir haben oft viele Veränderungen, also das ist es Wie groß ist dann die Freude für dich, auch als eher defensiven Spieler, eben auch diesen Clean-Sheet zu bekommen? Ja, das ist mir schon wichtig Ja, das ist mir schon wichtig Es ist wirklich wichtig, ich bin so glücklich, wenn wir ein Spiel mit einem Clean-Sheet enden Also für mich ist es fast besser, als zu einem Goal zu scoren Es war wirklich wichtig für uns, es ist gut, dass wir die drei Punkte behalten Und wir fokussieren auf das nächste Spiel Der Penalty war ein bisschen unlucky, aber was sind deine Gedanken über Daniel-Heuer-Fernandes, der es schaffte? Er hat einen tollen Job gemacht, wir sind ein tolles Team, wie eine Familie Wenn einer ein Fehler macht, dann ist der andere da, um zu helfen Und das war das, dass ich ein Penalty gemacht habe und Daniel war da Und ich werde immer für meine Teammitglieder sein, wenn sie es brauchen Wir haben jetzt seit ungefähr einem Jahr kein Spiel mehr hier im Volksparkstadion verloren Diese Saison sogar alle gewonnen, welchen Faktor spielt das Ganze? Ja, da muss man nur hier rausgehen vor dem Spiel oder am Ende des Aufwärmens oder vor dem Anschluss Also die Fans hier sind unfassbar, diese Energie Ich habe das schon ganz, ganz häufig gesagt Es macht einfach nur so viel Spaß vor unseren Fans zu spielen Allerdings muss man sagen, dass so Spiele wie gegen Wiesbaden, das war auch ein Heimspiel Das haben wir ja nicht gewonnen oder in Elversberg, da haben wir sogar verloren Da können wir uns noch verbessern Ich glaube, dass es überragend ist, dass sie wirklich Top-Defense Weil ich bin ja neu seit Sommer gekommen, das erste Mal erlebt Und wie es dann hier abgeht, ich glaube, kein Gegner kommt hier hin und sagt, wir holen heute Punkte Und glauben das wirklich, was sie da sagen Ich habe mich unter der Woche beobachtet, zwei schöne Tore im Training Und dann heute eine weitere Qualität an dir entdeckt jetzt? Also ich habe mir schon vorgenommen, heute mal aufs Tor zu schießen Weil ich ja eigentlich ab und zu auch mal Ärger vom Trainer bekomme, wenn ich schieße und der Ball abgeblockt wird Deshalb schieße ich auch so selten Heute habe ich mir vorgenommen, mal zu schießen, habe wieder nicht geschossen Aber habe ja dann anders ein Tor gemacht, das freut mich natürlich Aber am Ende zählt für mich nur zu Null und gewonnen Das andere ist mir eigentlich völlig egal